hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft explorer so meine freunde wir machen hier weiter wir verkabeln hier weiterhin unsere mumm hat er jetzt kein strom der hat strom der hat kein strom habe ich da was abgebaut jetzt bekommt er wieder ach ja der kriegte nie voll sein strom ok gut was wir heute machen werden ist folgendes erstmal den hober und wieder abschalten weil da muss ich mir mal noch was einfallen lassen wir werden den la den eruptiv extruieren mit einer redstone leitung verbinden und hier quasi dann verbinden das heißt wir müssen hier auch noch mal den boden ausmachen damit wir die redstone leitung legen können ich reiße hier alles ab ist mir dass wir alles schön gemacht haben so jetzt gucken wir mal dass man die redstone leitung finden hier auch nur elf stück so komme ich habe euch mal hier rein jetzt grad bis wir das muss soweit haben so latex der hier wird machen die latex prozesse einheit die lassen wir mal weil man da natürlich wieder runter das macht aber nichts wir werden jetzt hier mal die redstone leitung legen ich glaube ich spinne her ich glaube ich muss mir hier doch mal eine kleine platte leitung hin machen so wir möchten ja hier an dem hier die redstone leitung hin machen das heißt wir gehen jetzt so um hier runter herrschaftszeiten aber auch man da ist die redstone leitung das ist voll nervig muss ich sagen so darum die hier können wir wieder weg machen und dann müssen wir hier hin kommen okay okay wir brauchen von ende euro die redstone leitung wo ist er denn her ich hoffe mal wir können wir können das bauen im moment funktioniert ja unser system noch nicht optimal wo ist denn hier machen wir mal 24 stück war ja klar wir müssen hier hoch und ich baume ab so waren wir gehen da noch eins hoch und dann machen wir mal hier den schalter hin geht nicht geht nicht okay dann machen wir das anders und jetzt machen wir den schalter noch mal probieren ich muss es ausprobieren dann das will ich mal gucken okay er ist aus also er produziert jetzt kein jetzt machen wir den schalter hin jetzt machen wir den schalter hin signal benötigt so er produziert ok jetzt mache ich dich nochmal zack er produziert weiter es ist also noch nicht optimal kann ich dich überhaupt mit dem ende euro kabel steuern sieht nicht danach aus muss ich da da muss ich wohl die anderen kabel nehmen dann müssen wir aber mal gucken wo man das noch anschließend ansonsten muss ich nämlich den lava fabrikator umbauen wenn ich da anscheinend so wie das aussieht sieht na kriegt der nämlich keine kriegt die redstone leiten gar keine verbindung zu dem ist aktiv ist signal okay da ist das ist rot gut falsch so input das ist ja ein output signal hier und zwar auch in rot dann so was macht er der macht jetzt nicht ich glaube wir haben es das aus und macht wieder nichts okay ich glaube das funktioniert nicht so wie ich mir das gerne vorstellen würde das heißt wir werden da ein anderes redstone signal einführen müssen lassen wir mal gucken wir haben da noch von praktische logistik habe ich da auch das ist von extra utilities war damals stoppt praktische logistik transfer transfer not redstone note müsste ich doch eigentlich was haben ok wir werden uns da mal gucken ob wir da was bauen können und zwar ja baum und mal zwei stück und eine redstone kabel bauen wir uns auch noch mal und die tun wir mal weg das würde ich jetzt testen das müssen wir jetzt mal testen ich baue bis dahin wo sind die nein und jetzt nehmen wir mal den schalter da weg das probieren wir jetzt aus sehen wir die sache wenn ich dann der redstone schaltung machen möchte ja wo das dann quasi gesteuert wird das ist immer nicht so einfach alles wollen wir machen jetzt nein was warum wieso machst du das so ich verstehe es ab und zu nicht warum man das so macht ich möchte dich hier hin haben kann ich da den schalter direkt dran machen und dann an den schalter so jetzt wollen wir mal gucken was passiert zack passiert gar nichts da passiert gar nichts das ist ja doof okay bevor ich mich jetzt hier unnötig lange auf halte machen wir den hebel da mal weg halt die klappe so jetzt dann lassen wir den schalter halt direkt dran dann bauen wir hier die redstone kabel wieder weg hier halt da gehen wir die grad auf die eier dann dann und dann da ist ja auch kommt doch fang mich doch wenn du kannst ich glaube mir werden mal ein bisschen auf da müssen wir mal optionen das ist alles ein bisschen zu laut hier so ist es ein bisschen angenehmer ach lass mich in ruhe okay und dann würde ich sagen wir machen hier das loch mal wieder zu da muss ich mal schauen wie das war warte mal was waren da hier war ein normaler cobblestone alter lass mich doch einfach in ruhe ich habe zu tun hier okay das waren normale cobblestone die habe ich natürlich alle ins system geschmissen werden dann können wir mal schlafen okay außer reichweite ja da müssen wir was machen müssen hier außer reichweite das macht aber nichts wir gehen jetzt hier rein wenn wir reinkommen und werden stein ziegel warte mal das machen wir zu hier da haben wir das kommt mal rein das kommt mal rein das kommt auch mal rein ein paar stein ziegel hier raus und dann haben wir das also die mir die monster auf und zack ich halte die echt bald ab kabelfassade steinziegel hier die nehmen auch mal kurz mit dass man das einigermaßen mal ein bisschen ordentlich haben sieht es nicht so schlimm aus hier hier und jetzt machen wir oben noch ein 10 gesteinssiegel so dann machen wir das mal zu wenn wir da etwas machen müssen machen das wieder aus das sieht ja alles fürchterlich aus hier was jetzt bei mir noch auf dem plan steht müssen wir mal schauen das wollte ich doch müsste gehen der stellen wir da oben hin und entschuldigen zwar ein screen controller von rf tools alter ein screen controller von rf muss ich mal gucken im system ob man da was haben oder nee stopp das hier hätte ich gerne da fühlt natürlich wieder was und zwar der hier nein da fühlt ihr alles quats wasser auch oder was haben wir denn da das haben wir denn hier aluminium 10 silber und start mal gucken ob er es macht ja er macht's ok wir wollten einen drahtlosen zugang haben einmal und dann haben wir das hier nein immer noch nicht stopp so und den setze ich da oben drauf dann müsste er eigentlich verbunden werden das warten wir mal kurz und wir sind ja schon über der zeit so er ist online perfekt so was brauchen wir da jetzt wir brauchen noch was anderes damit wir die reichweite ein bisschen erweitern können da wo sind sie denn konstruktion nein 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 speicher gehäuse dass das ding sieht so aus ok warte mal man findet es wieder nicht wenn ich wüsste wie es heißt wäre es einfacher ich finde es nicht namensdruck auch nicht da hat es ja das wollen wir haben na jetzt wieder finden hier ok machen wir mal 24 mal gucken so jetzt haben wir da 133 meter ich hoffe mal dass das reicht gut meine freunde ich würde sagen für heute war es das mal in der nächsten folge hoffe ich mal dass man dann wieder zu zweit sind dann werde mal werde ich hier noch mit der elf tools bisschen was machen das schalten wir mal aus muss ja nicht die ganze zeit laufen das hier läuft und wir werden das ja auch wieder schön hinbekommen hier haben wir ja schon ein bisschen klein anfang gemacht und wir sehen uns in deren nächsten folge wieder und dann hoffe ich mal dass wir uns die monstern nicht so auf den sack gehen also ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis dann und auch eine frohe ostern ciao